Ich bin Helmut Holz, bin 66 Jahre alt und ich trage nachts die Zeitung aus. Nächstes Jahr mache ich das zehn Jahre. Ich stehe gerne auf, ob das Sommer ist, Winter ist, immer, wird nicht wahr. Ich kann auch nachts um drei aufstehen, also bis sieben Uhr muss die im Briefkasten sein, die Zeitung. Aber ich gehe lieber um ein Uhr los und schlafe anschließend noch. Man ist nicht verpflichtet, mit dem Fahrrad auszutragen. Wer mit dem Auto gerne fahren möchte, der kann auch mit dem Auto fahren. Man hat Feierabend, wenn andere losgehen zur Arbeit und das ist ein sehr gutes Gefühl. Die frische Luft finde ich und dann sportlich so aktiv zu sein, auf dem Fahrrad drauf, wieder runter und so immer in Gange sein, laufen. Und das finde ich immer, da bleibt man fit bei. Ich bin das wichtigste Teil, damit die Leute was zum Lesen haben, überhaupt morgens auf dem Frühstückstisch. Alle, die sich noch einen Nebenjob suchen, die sollten sich nur als Zusteller melden. Das bringt wirklich viel Spaß.